Hallo meine Lieben, weißt du was eine wirklich wundervolle Kombination ist? Dankbarkeit und MFL. Wann immer wir mit dem Feld verbunden sind, wann immer wir MFL machen und lesen für jemanden oder auch für dich selber, bin ich so erfüllt von tiefer Dankbarkeit, von dieser Möglichkeit, das wahrzunehmen zu fühlen, für mich oder auch für jemanden, für den ich gerade lese. Es ist wirklich eine fantastische Kombination, dass MFL dich so schnell spüren lässt und dich so in die Dankbarkeit sogar Demut bringt. Ich bin oft ganz demütig darüber, was für Möglichkeiten ich habe, wir haben. So schau auch du, worüber bist du dankbar, vielleicht sogar demütig. Vielen Dank. Vielen Dank.